Bitte, Herr Bundeskanzler, sprechen Sie mehr nach. Ich schwöre... Ja, weißt du, schwören. Ich kann das versuchen. Bemühen kann ich mich. Dass sich meine ganze Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen... Ja, auf halbe Flamme mach ich das nicht. Seine Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden... Schaden will ich niemandem. Blechschaden zählt nicht, oder? Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen... Mann, das ist aber ein langer Text. Ich lese Ihnen die Eides-Formel jetzt noch einmal dem Ganzen vor... und Sie wiederholen sie dann Stück für Stück. Sagen Sie mal, das ist dermaßen heiß hier. Kann ich nicht vielleicht auch wenigstens so ein kleines Bierchen... Das Bier geht aufs Haus, Horst.